Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal auf den Spuren der Natur Gottes. Ich heiße Josia Gardringer, bin 14 Jahre alt und möchte euch auf meinem Kanal viele verschiedene Geschichten und Dinge, die ich mit meinem Tier erlebt habe, teilen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei, schaut euch auf meine anderen Videos an, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Bis zum nächsten Video!